Der VDE, eine der größten Technologieorganisationen Europas. Innovationsbegleiter seit 125 Jahren. Unser Zeichen gilt als Synonym für höchste Standards und Verbraucherschutz. Unsere App zeigt auf unterhaltsame Weise, wie wir Elektrogeräte prüfen. Für Industrie und Verbraucher. Auch in Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020